Hallo Leute, hier ist Marc Forster und ich spiele heute ein Konzert für Seat Sounds. Deswegen habe ich sehr, 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 sehr gute Laune. Ich gebe euch ein paar Updates zur Club-Tour. Ich nehme euch mit in meine Vergangenheit. Und vor allem gibt es jede Menge Musik aufs Ohr. Und jetzt kommt aber erstmal das Intro. Wir haben leider, leider unsere Club-Tour wieder verlegen müssen. Der nächste Versuch ist im Mai 2022 und ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappen wird. Heute spielen wir ein Konzert, zwar nicht so richtig im Club mit Publikum und so, aber ein Streaming-Konzert. Da freue ich mich schon wirklich sehr drauf, gemeinsam mit den Jungs Musik zu machen. Wir müssen uns den Applaus so ein bisschen vorstellen, aber wenn die Leute zu Hause vor ihrem YouTube-Gerät ganz, ganz laut klatschen, dann hören wir es ja vielleicht doch. Das Studio, wo wir heute sind, das kenne ich sehr, sehr gut. Seit vielen, vielen Jahren. Oh, da ist es, das wunderschöne Tricks-Studio. Morgen! Hallo! Die haben keine Zeit für Kameras, die müssen Sound checken. Da drüben, im Nebenzimmer, ist das Mischpult, wo das Ganze gemischt wird. Kommt mal mit, das zeige ich euch auch noch schnell. Und hier ist das Mischpult. Hier wird alles zusammen gemischt, damit es gut klingt. Hier ist Tillmann. Servus. Alles eingestellt? Ja. Es ist alles eingestellt und ihr könnt jetzt mal gehen, weil ich muss jetzt Soundcheck machen sozusagen. Zieh mal Jürgchen aus und mach Soundcheck. Bis später. Ja, ich habe euch hierher gelockt, Seat Sounds. Ihr müsst hier heute mit uns hier im Kellerstudiochen sein. Ich kenne das Studio schon sehr, sehr lange. Es ist ein altehrwürdiges Berliner Musikstudio. Vor 15 Jahren habe ich hier die Titelmelodie für eine Fernsehsendung, für Krömer, die internationale Show. Habe ich das Titelliedchen geschrieben und habe das mit dem Filmorchester Barbelsberg aufgenommen und hier gemischt. Und Kalli am Schlagzeug, Daniel Nitt am Klavier und Alex Gruber an der Gitarre. Die spielen schon sehr lange bei mir, seit 10 Jahren. Und wir freuen uns sehr, heute Abend mal wieder gemeinsam spielen zu können. Ich habe einmal ein Konzert gespielt, direkt nach H.P. Baxter. Nicht Scooter, sondern H.P. Baxter und Soundsystem. Das war strange. Da flogen auch ein paar Red Bull Dosen auf die Bühne. Ach, ich bin gerne in Studios. Ich bin vor allem gerne in Studios, die nicht einfach nur ein Laptop sind in einem Airbnb. Der krasseste Ort, wo ich je aufgenommen habe, war das Abbey Road Studio in London. Das Studio, wo die Beatles alle Platten aufgenommen haben. Das war schon sehr, sehr, sehr besonders. Merkwürdigerweise aber wird dort der Boden nicht gebohnert. Also der Boden ist unfassbar dreckig und die machen den nicht richtig sauber, weil die Angst haben, dass der Sound sich ändert vom Studio. Ich freue mich sehr auf Monster. Ich finde, das ist ein Song, der genau in dieser Konstellation zu viert im Studio am besten funktioniert. Dafür ist er eigentlich gedacht. Wenn da draußen Monster vor der Tür und könnten wir den Donner am Boden spüren, wäre es so kalt, es der Atem friert. Hier drinnen werden wir safe. Ich baue uns eine Festung aus der Decke und sag mir nicht, dass wir schon zu lang im Bett sind. Am Tag eines Konzerts versuche ich mich tatsächlich zu entspannen und versuche wirklich Energie zu sparen. Mir ist ganz wichtig, eine Stunde vor dem Konzert langsam den Anspannungspegel hochzufahren. Ich verpflichte die gesamte Band und das sind auf Tour eine Menge Leute, alle mit mir in einem Raum zu sein und ab dann versuchen wir uns hochzupeitschen, dass wir, wenn das erste Lied losgeht, schon komplett auf Temperatur sind. Ich will jetzt nicht die ganze Setlist verraten, aber ich glaube, wer schon mal auf dem Konzert von uns war, weiß, dass der Chöre zum Beispiel nicht fehlen darf. Es hat großen Spaß gemacht. Es hat sich angefühlt wie ein Konzert. Vielen, vielen Dank an alle Zuschauer, die zugeschaut haben. Ab jetzt wahrscheinlich nur noch Streams. Wahrscheinlich nicht.